Guckt mal genau, wo der Stift später ist in meinem Bild. Habt ihr ihn gesehen? Hey Kinder! Willkommen zu einem neuen Cock-Update! Oh mein Gott! Es ist schon so lange her, ne? Also wirklich schon, ich glaub 14 Tage oder sowas. Meine Prüfungen sind rum und ich hab endlich wieder Zeit, reinzuklopfen. Guck mal, das ist voll in meiner Lage. Ich könnte wahrscheinlich schon jeden angreifen, den ich wollte. Okay, los geht's! Ne, Quatsch, pass auf. Das Wichtige zuerst. Im Clan! Ah, shit. Äh, vorhin war noch ein Platz frei, was ist da schon wieder los? Egal. Wenn noch jemand den Clan rein will, immer schön gucken. Also es ist immer mal wieder jemand dabei, der irgendwie geht oder sowas, ja? Ich wollte euch geschwind mal einfach die Mitgliederliste zeigen. Ja, guck mal, wie voll wir sind aus. Was für guten Männern wir bestehen. Und Frauen natürlich auch, glaub ich. Ich weiß es nicht genau. Ich glaub schon, doch, Frauen. Hier, Richard, Justin, Synetrix. Synetrix, Synetrix, ich kenn dich doch, du alter Schniedelwurstkönig, oder? Mit dir war alles gezockt. Ah, Atoxit. Time for... Time for Soul... Time for Soul... Levin. Helogen. Helogen. Der Zerstörer. Oh mein Gott, wir haben den Zerstörer bei uns. Wisst ihr, was das heißt? Wir bringen hier einen Frieden. Ne, Quatsch. Also wir ficken alle. Neon Arts FX. Spon... De Sponks... Sponks... Kernflakes. Kampfkeks. 4396. Wahrscheinlich geboren am 43. Tag im 96. Jahr des Zeitwechsels. FuziTV. LeFloid. Wir haben hier eine Größe drin, Leute. Wir haben LeFloid bei uns am Start. LeFloid ist am Stissel, ja? Hat auch schon einige Videos über unseren Clan gemacht, ne? Also wie wir zur Wirtschaft beitragen, wie wir politisch auch aktiv sind, ja? Wir sind nämlich auch für den Umsturz anderer Kleine. Darkzock. Ganz klar, Darkzock ist natürlich hart am Stissel. Nemesis, Akro und Ott. Ott ist jemand, auf den man nicht verzichten kann. Downtown auch sehr wichtig. Der Blubbermann. Ja, hab ich am Anfang verwechselt mit mir selbst, aber das bin ich gar nicht. X-Gamer-X. Kazama. Neon. Hannes. 5656. Der Hannes. Hawksplay. Kenne ich. Hawks, wir kennen uns doch. Mr. Testo. 93. Hast du nicht mal gemeint, du wärst ein Mädchen, aber du weißt Mr. Testo. Was ist da passiert? Itzjul. Itzjuli. Blue Flame LP. Atomranger. Der Atomranger, Mann. Der leuchtende Power Ranger, der so ein bisschen weißer verstrahlt ist. Pabjo. Papa Joe, Mann. Nee, Pabjo. The Benny XX. Das ist der Benny von früher, von Art Attack. Jetzt machen wir ein Riesenbild. Guckt mal genau, wo der Stift später ist in meinem Bild. Habt ihr ihn gesehen? Ne, Benny. Ich hab den scheiß Stift nicht gesehen, Mann. Mit deinen scheiß schweren Riesenposter-Bildern immer. Mr. Zumbabla, keine Ahnung, wer das ist. Der ist auch anscheinend, der haben mich Anführer gegeben, muss ich ja demnächst mal kicken, glaube ich. Äh, Captain Hohenson. Kann ich nicht mehr dazu sagen, als, äh, schöner Name, ja. Sabajek. The Black Sun. 4K 4760. Medikus und Julian36. Bilden ja praktisch unsere Gruppe, äh, hier, äh, 37, 38, 39 und 40. Da kommt Lulu mit 41. Lazy Lars, hey. The YouTube und sowas. Mensch, hey. Lazy Lars, ich kenn dich doch. Hör mal auf zur Lüge. Leon. Hainam3. Klötengesicht. Was würden wir nur ohne Klötengesicht machen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätten wir den Durchblick. Scheiße. Joel. Der Woche vom P. Richard Nerger. Richard Nerger und Adi. Ein Supertrupp. Ja, und wir ficken alle. Nur mal so nebenbei noch erwähnt. Aber jetzt mal zum Cock-Update meiner eigenen kleinen Butze hier. Guck mal, merkst du was? Der schafft, der schafft, der schafft auch. Der Willi, der Heinz und der Günther. Die schaffen alle. Da hat nämlich keiner die Zunge im Maul bei mir. Da sind die Lager stets gefüllt, ja. Die Frauen stets ausgezogen. Und die Männer auch. Gleichberechtigung, weißt du? Frauen, Männer, alle sind nackt bei mir. Außer die Kämpfer. Zum Schutz. Aber sonst, das ist bei mir alles gleich. Hier meine Luftbombe Level 2. Meine Mauer Level 4. Äh, nochmal Level 4. Ich gebe ungern an, aber ich habe hier sogar Level 3 mit verbaut, ja. Also, was ja einige nicht wissen. Man kann die Mauern upgraden, ja. Oh, Level 2. Da muss ich jetzt wieder mal ran, aber geht der gerade nicht. Ich dachte mir, ich mache jetzt auch kurz einen verzweifelten Angriff. Ich war, wie gesagt, bei 1200 irgendwas hier oben bei den Punkten. Aber ich habe es verkackt, ähm, weil ich... Ich bin irgendwann dann auf diesen Wurstrang gestiegen hier. Ab dem Moment, obwohl ich auf diesem Rang war, konnten mich dann die höheren Spiele angreifen. Und ich wurde nur noch gefickt. Ich habe davor so viele Punkte gesammelt, weil mich viele Leute angegriffen haben und es nie geschafft haben, durch meine Verteidigung durchzukommen, wech. Aber so. Naja. In einer Stunde und drei Minute habe ich meinen Goblin entwickelt. Kobold oder was das ist. Und da ist der einsame Mage. Achtung, pass mal auf. Wenn ich auf den Mage-Turm drücke, wackelt nur der Turm eher nicht. Da steht es doch da. Hör auf zu... Ah, der drückt schon wieder. Und ich kriege auch die ganzen Kobold-Angriffe natürlich nicht mehr hin, weil die viel zu schwer sind. Guckst du ja, Mann. Guck doch mal das Scheiß-Level an, Mann. Jetzt guck doch mal hier. Und jetzt geht mal auf 8. Scheiße. Das war bad. It was fucking bad, Bro. Ja, oh mein Gott. Ich werde sterben. Merkst du was? Und schon bin ich tot. Ich habe ja noch Leute. Nein, die verkackten Bomben, Mann. Nicht die Luftdinger. Greif die großen Kanonen an. Nein, Günther. Nein, da ist eine Bombe, Mädels. Über die Hälfte der Weiber weggebummst. Ich habe verloren. Guck mal, die Alten. Ha! Die steht da und denkt sich... Ich hole das noch. Ich hole das verfickt nochmal noch. Ah, ich habe noch was. Da, 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 da. Scheiße, Leute. Lauf, die faschistische Kanone schießt doch auf euch. Komm schon. Nett an das Haus. Oh nein. Diese Priorisierung ist immer so geil. Sieg. Tja, war natürlich geplant, so ein Sieg. Ich habe nichts erhalten. Fickt euch. 100 Millionen Truppen verbraucht, aber naja, okay. Aber Leute, habt ihr es gesehen? Wie knapp das war. Das Kobold-Lagrad hat, glaube ich, noch niemand auf der Welt geschafft. Und ich habe fast gut gemacht. Jetzt kommt eine der wichtigsten Fragen. Kinder, hoppala. Guck mal, man sieht es nämlich hier schon. Der Clan kriegt der Zweite, steht vor der Tür. Wer macht alles mit von euch? Schreibt bitte hier unter das Video, ob ihr mitmacht oder nicht, in die Kommentare. Bitte mit eurem Namen. Mit eurem, hier, mit dem Namen, aus dem Spiel. Ich weiß nicht, dass ihr auf YouTube Fickwurst heißt und hier nur Wurstwasser. Deswegen bitte dazuschreiben, damit ich einfach weiß, wer was wie... Hey. Oh, danke, Justin J. Live in der Aufnahme. Uh. Guck mal, da kommt es angerannt. Äh. Von der große Riese und so, ey. Guck mal, wie er sich da rüber schleppen muss. Ist schon weit, ne? Gustl. Ja, also soweit war es eigentlich schon. Spielt noch ordentlich an eurem Cock-Account. Und gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, weil sonst könnte es passieren, dass Hitler wieder aufersteht irgendwie. Ich habe da so Gerüchte gehört. Ich habe da einfach mal so was... Ich habe da so ein bisschen reingehorcht und dachte mir, fuck. Das verhindern wir lieber mal, okay? Also lieber mal Daumen hoch. Also schön den Daumen hoch, dass wir noch weiterhin keinen Hitler mehr hier haben. Okay, gut. Vielen Dank. What? Ihr seid ja noch dort. Ciao. 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 Am I meu hereincliffe. Ooh. Absolut.